Hi Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute spiele ich Pixel Gun. Früher habe ich mir das Spiel runtergeladen und dann habe ich es wieder gelöscht, weil es zu viel Platz verbraucht hat. Und jetzt habe ich das Spiel wieder runtergeladen, aber dieses Mal auf dem Handy. Und ich habe meine Sachen alle noch, obwohl ich vorher auf dem Tablet gespielt habe. Ich glaube, das liegt daran wegen Google-Account. Naja, und dann wollte ich es heute mal spielen. Achja und Game Noob, wenn du mit mir irgendwann mal ein Minecraft-Video machen willst, dann schreib einfach in die Kommentare. Weil letztens hast du mir geschrieben und dann habe ich dir zurückgeschrieben und du hast mir nicht geantwortet. Naja, egal. Äh... Gehe ich jetzt mal kämpfen. Also in diesem Spiel geht es um Minecraft halbwegs. Und man hat halt Waffen. Und dann kann man halt... Dann hat man halt manchmal Teams oder sowas. Man kann es sich aussuchen. Ich mache jetzt mal Teams und meine... Doch, ich habe das doch ausgeschaltet, ey. Das nervt. Entschuldigung deswegen. Also ich gehe jetzt ins Ameisenleben. Das ist nämlich meine Lieblings-Map. Ich liebe diesen Moment. Oh! Oh! So! Okay, mal schauen! Oh! Oh, was ist denn? Hilfe! Boah, bin ich schlecht. Ich sehe gerade gar nichts. Uh, cool. Okay, so. Das ist übrigens mein Adler. Das ist jetzt zur Zeit das Beste, was ich habe. Ob das funktioniert? Nein, funktioniert nicht. Wie schlecht, ey. Oh Mann, bin ich schlecht, ey. Ich bin viel zu schlecht, um da zu sein. Oh, ich habe es geschafft. Oh nein, bitte war das kein Gegner. No. Rika-Dolas? Schnell. Weg hier. Pü-pü-pü-pü-kü-kü-kü-kü-kü. Okay, er ist auch tot. oh man man sieht ja gar nichts jetzt habe ich vergessen die schuhe anzuziehen in diesem spiel ich habe nämlich schuhe gewonnen was eigentlich absoluter mit und ich habe sie nicht angezogen boah man kommt schon nein ich bin nicht okay ich bin jetzt wieder da ich bin ich hab ich wurde da rausgeworfen jetzt bin ich hier ganz alleine dieser trostlosen kleinen welt dann spiele ich einfach mal abenteuer macht sowieso mehr spaß nein und übrigens ich brauche nur noch 100 trophäen sogar 82 trophäen und dann kriege ich endlich neue haustiere aber nein ich bin so schlecht boah ich habe gerade gesehen dass deine zombie katze war wie kriegt man die bitte schön kann man die irgendwie umbringen ich glaube die stirbt irgendwann wenn sie zu viel level ab ist okay ich kann gut deutsch ich suche mal schnell und ich hab's gefunden so ich mache jetzt mal abenteuer so gekreuzte welten mega polis ich brauche nur noch ein stern das entspring ich mal töte alle monster töte die monster schnell gewinne ohne schaden zu nehmen das schaffe ich bestimmt nicht so schlecht wie ich bin ich hab ja ewigkeit nicht mehr gespielt was soll ich denn hier tun ich hasse dieses level es ist so hart na toll zum glück habe ich schon jetpack oh man ich gehe lieber woanders hin bye bye ich will nur noch den diamanten holen nein der ist nicht hier man ey das ist doch so blöd okay ich gehe lieber arena wollte ich sowieso machen aber dann habe ich aus versehen auf das da gedrückt dieses video ist nur crap das ist einfach nur mist ewiger mist veröffentlicht auf youtube ich bin 99 platz ich habe ja auch erst angefangen ups habe ich was kaputt gemacht okay doch nicht schnell five nights at freddy schon wieder oh Hilfe da kommt schon welche oh da kommt schon welche ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau wo ich ah ja da ist es hier hier ist der beste raum okay oder haben wir schon die ersten Gigs schlag ich bitte schön mit einem Messer nein es ist mein Papagei oh ich sag doch ein Papagei es ist mein Adler vor wegen hier ich bin ja ich bin ja ich bin ja ich bin ja ich bin ich Okay, ich muss eine Munition holen, aber dafür muss es hier. Nein, es ist so weit umsonst. Hä? Ich bin schon tot? Ach, Mann, bin ich Müll. Ich kann ja nicht mal richtig überleben. Oh, ja, das liebe ich. Das habe ich ja lang nicht mehr gespielt. Da gibt es auch TNT. Normale Zombies. Die 590 Freddy's Friends. Wir wissen, ob man das Auto auch gewesen kann. Oh, ja, ja, ja. So, komm mal. Wow. Kann ich aber nicht zählen. das ist ja mal was doch man schlecht im werfen jetzt bin ich auch am echten leben kleine hier will autofahren und ich muss fliegen 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 kann ich hier drauf nein so schade könnte ich hier drauf könnte ich locker das ist das langweiligste video der welt noch langweiliger als das schlechteste video der welt ok hol die granate werft die granate doch mal die scheiß füße die blöden schlüsse wie ist ich habe es wirklich hier am eintritt ich habe kein TNT benutzt. Aber es ist ja sowieso gut. Hab ich eben sie? Doch, meine. Oh nein! Oh du hast gewonnen! Du hast gut gemacht. Genau so will ich meine haben. Ich will unbedingt, dass du auch ein Zombie wirst. Hä? Wo bist du? Ach da. See you. Tut mir leid. Nach der Geburt müssen alle sterben. Schau zu meinem Baby, es kommt ein Krabbel. Genug. 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 Was ist gerade ein Vogel? Oh nein! Die Magier sind zurück! Nein! Ich hasse die! Verdammt! Ich wusste nicht, dass sie hier auch hingekommen sind. Ich wusste nicht, dass sie hier auch hingekommen sind. Stern! Bitte! Damit ich überlebe! Ich muss nur überleben! Okay, wenn ich tot bin... Ja, 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 ja. Wenn ich tot bin, dann... ...hör ich auf mit dem Video. Weil gleich ist Pizza! Äh, Pizza? Pizza? Ja, wir essen Pizza. Oh nein, der Eismagier ist da, glaube ich. Wow! Hä? Hilfe! Nein! Ich wollte nur auf den Fall drücken. Der Fall ist viel zu klein. Komm schon! Kann man hier oben überleben? Nein, weil die Magier einen abschießen. Ach, Kacke! Ich sterbe hier! Okay, ich wusste nicht, dass ich dabei selber sterbe. Weil bei der Granate ist es nicht so. Naja. Beim dünnsten Video der Welt ist ja immer alles blöd. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich mehr davon machen soll. Oder auch nicht. Ich habe Angst, dass es viel zu schlecht ist, dieses Video. Hm. Da, Stiefel kann ich noch anziehen. Hä, was? Die habe ich doch gewonnen! Ihr seid ja mal lustige Kerle. Ihr wollt mich was bezahlen lassen, was ich gewonnen habe. Das geht gar nicht. Ich habe gewonnen. Ja! Okay, auf jeden Fall. Das war es mit dem Video. Tschau Leute!